So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist soweit, Montag. Wir haben gerade Slaps and Beans 2 noch gestreamt, 20 Uhr kommt chill mit Ramses, Niantic natürlich Montag. Oh, C-Day war, wir hauen direkt den nächsten C-Day raus, also die Ankündigung dafür. Und es wurde ja schon geleakt, dass wohl alles sich um Praktibalk drehen wird. Und jetzt ist es auch offiziell angekündigt, der Community Day im Oktober wird mit Praktibalk stattfinden. Das ist kein neues Shiny, das Shiny gab es schon. Konnte man damals in einer Raids immer Praktibalk raiden, konnte sich Shiny rausziehen, wie das auch bei Click der Fall war oder wie bei Shinox der Fall war. Deswegen denke ich auch, Click wird irgendwann sein C-Day bekommen. Praktibalk, ein mega starkes, nützliches Pokémon, also Meister Grief. Und das Besondere davon auch, es ist eine Tauschentwicklung. Das heißt, wenn ihr nach dem C-Day alle gefangenen Praktibalk mit euren Freunden, die ihr habt, hin und her tauscht und da ein Gutes bekommt, könnt ihr das also kostenlos dann durchentwickeln. Also ihr braucht für Strepoli 25 Bonbons, aber von Strepoli zu Meister Grief, braucht ihr nicht diese 200, die gefordert sind, sondern könnt das dann kostenlos entwickeln, wenn das getauscht wurde. Tauscht also, was das Zeug hält bei diesem C-Day danach. Vielleicht kriegt ihr einen 100er aus dem Tausch, vielleicht kriegt ihr ein gutes Glücks-890er oder irgendwas, aber Meister Grief ist auf jeden Fall ein richtig starkes Kampf Pokémon, richtig brutal. Ich hatte ja in letzter Zeit auf dem Main-Account ein bisschen getauscht, hatte da Glück, hab durchs Tauschen einen 100er Praktibalk bekommen. Das hätte ich an diesem C-Day natürlich durchgemaxt komplett. Hätte mir wahrscheinlich die 100er-Familie auch so voll gemacht, die alle mal gemaxed, weil ich das Pokémon auch mega cool finde mit seinem Holzbalken, Holzbalken gefunden. Grüße an Natururin. Wann ist das ganze Ding aber jetzt? Was gibt es sonst noch für Boni? Müssen wir euch zeigen hier. Community Day im Oktober mit Praktibalk am Sonntag, den 15. Oktober, 14 bis 17 Uhr, also nicht Samstag, der letzte war Samstag. Der ist wieder am Sonntag und wenn mich nicht alles täuscht, müsste zu dem Zeitpunkt auch Genaya da sein. Ich hoffe, dass der Habanero-Account bis dahin wieder da ist und auch funktioniert. Am besten wäre es der Main-Account, wäre wieder da, aber machen wir uns nichts vor. Der Habanero muss diesen C-Day spielen, der braucht ein paar coole Praktibalken. Vielleicht kann ich dann danach die Zeit nutzen, mit Pupsi ein paar zu tauschen, mit Genaya ein paar zu tauschen und das eben nutzen, dass es halt eine Tauschentwicklung ist und hat und macht. Beim Community Day im Oktober steht das Muskel-Pokémon Praktibalk im Mittelpunkt, vermehrt in der Wildnis, also sitzt eigentlich dann überall. Mit einer erhöhten Shiny-Rate. Wer noch kein Shiny hat, nutzt die Gelegenheit. Es gibt eine exklusive Event-Attacke. Meister Griff erlernt die Attacke Wirbler, die wir bei Triggefalo bekommen haben, die wir bei Despoda bekommen haben. Was es jetzt hier bei dem bringt, das Ding ist doch glaube ich nur von Typ, nur von Typ Kampfwirbler würde also wohl nur wieder in der GBL Sinn machen, denn für Raids brauchst du kein Kampf-Pokémon, was mit Wirbler angreift. Da hast du ja Same-Type-Attacke bei Triggefalo oder eben bei Despoda. Also wird sicherlich wieder hier eine Ladattacke sein. Für die GBL interessiert mich jetzt nicht. Kann ich also meins nachträglich entwickeln, wenn ich eins entwickeln wollen würde. Es gibt wieder eine Spezialforschung für einen Euro, also so ein Seed-Day-Ticket, was ihr kriegen könnt, erwerben könnt, an Freunde verschicken könnt. Sage ich immer, macht das, nutzt das. Das ist eigentlich cool, diese 1 Euro im Monat, den kann man ja mal machen, das lohnt sich dafür. Ihr müsst nicht den anderen Schrott kaufen, wo ihr für 6 Euro ihren Rucksack kriegt oder so, aber das lohnt sich eigentlich. Ich sehe zusätzlich Event-Boni, 3-facher Fangstaub, nicht nur ein richtig cooles, starkes Pokémon, was auch noch eine Tauschentwicklung hat. Auch noch 3-fach Staub, doppelte Fangbonbons, erhöhte Chance auf XL für Trainer ab Level 31, Lockmodule 3 Stunden, Rauch 3 Stunden, Schnappschüsse. Also ein zusätzlicher Spezialtausch, also 2 an dem Tag und 50% weniger Sternstaubtauschkosten. Also statt 100 kostet es nur 50, wenn ihr mit euren Freunden die dann hin und her tauscht. Es wird wieder Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community-Day geben, mit denen ihr den Seed-Day künstlich in die Länge ziehen könnt. Da taucht also Strepoli auf, ist im Prinzip ein 4er-Raid, den ihr bezwingen könnt. Die sind meistens sehr mühsam und stark. Braucht man eigentlich nicht, sage ich immer. An dem Tag würde ich sogar sagen, den nochmal zu verlängern, statt 3 Stunden nochmal mehr Praktibalk zu haben als Spawns, würde sich da vielleicht sogar lohnen, sage ich mal. So, dann erscheinen die natürlich für eine halbe Stunde im Radius von 300 Meter um die Arena herum und so weiter. Können natürlich auch wieder shiny sein. Es gibt bestimmte Feldforschungsaufgaben, die ihr an den Stops dann wieder kriegt, wo ihr Superbälle, Hyperbälle und mehr erhaltet. Könnt natürlich da eure Medaillen pushen für die Feldforschung und so weiter. Es gibt besondere Sticker, die hier zu sehen sind mit dem Kurzbalken und dem ganzen Drumherum. Da habt ihr wieder, sucht ihr nach einer Gruppe? Ne, sucht man nicht, weil ich renne mit Pupsi immer rum. Schenaya ist dann wahrscheinlich da, wie gesagt, sind wir ja theoretisch zu dritt, wenn jetzt nicht irgendwie der Drago Knight sich ankündigt und noch mit rumrennen. Ob wir eine Stunde dann machen oder drei Stunden oder zehn Stunden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist bis jetzt ein Highlight dieses Jahr, der Praktibalk Community Day. Denn der ist richtig krass, der ist richtig stark. Habt ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr schon das Shiny? Schreibt es mal rein. Braucht ihr das noch? Habt ihr ein gutes? Habt ihr ein Hunderter? Ich hatte ein 98er Glücksmeistergriff damals aus dem Tausch bekommen. Ich hatte mein Hunderter Praktibalk. Mal gucken, was ich jetzt bekomme. Ob ich im C-Day vielleicht ein gutes fange oder beim Tauschen danach ein gutes bekomme. A Tage wäre mir da komplett egal. Jetzt heißt es sammeln, sammeln, sammeln. Und Staub mitnehmen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich bereite mich jetzt vor. Lade es noch hoch und würde sagen goodbye. Ja, peace out, Vorhaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.